Wir haben Stiebel Eltron intern Wetten abgeschlossen, welcher der fünf Messetage der beste sein wird. Auf diesen Stimmzetteln werden wir die Messebesucher darüber abstimmen lassen. Ronja hier hat sich für den heutigen Tag entschieden. Warum? Weil wir heute endlich wieder unsere internationalen Gäste begrüßen dürfen. Today's a good day, mate. Dann schauen wir mal, ob sie recht behält. Dienstag, die Wette gehen! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020